dann stevo kommen jetzt deine zehn fragen bei wie gut kennst du deinen verein wir starten mit frage numero uno die erste frage lautet wie ist deine transfer bilanz was willst jetzt genau wissen wie hoch oder eine bilanz aus beiden aus beiden kauf und verkauf das gleiche fast genau sagen 156 millionen um den dreh müsse da sein wenn du steiner natürlich habe ich dich gehört wie sie so weißt du das genau wie kommst du auf diesen betrag ist da jetzt einfach random geraden ich gucke mir das tatsächlich eigentlich immer an ich habe in derzeit geträgt und keine ahnung ist also eine ehemalige trader krankheit dass man es mal guckt ist es für dich auch eine interessante information bei anderen vereinen oder jetzt nur für dich selber bei deinem ist das ist tatsächlich also wenn ich jetzt auf einem transfermarkt aktiv bin oder jemanden spieler verkaufen will wie auch immer das ist auch so einer der ersten sachen wo ich drauf gucke ob ich ihn zum trader verkaufe oder zu einem der spieler wirklich braucht also ich gucke eigentlich und er oft drauf ja alles klar dann lassen wir das ganze doch mal so stehen und dann gehen wir doch mal auf deine transfer historie und schauen uns diese bilanz doch mal genauer an deine antwort war 1,56 millionen um den dreh plus plus minus 10.000 ja alles klar und das ist korrekt sehr sehr nice die erste frage wie angegossen und holt sich direkt in den ersten punkt wer hätte es gedacht dass wieder so gute fragen kommen ein bisschen lob muss auch sein ich weiß es ist scheiße aber immerhin steht keine null also alles gut jetzt kann sagen was du willst jetzt ist egal alles klar also ist es wirklich so also ich sag dir ganz ehrlich am anfang war es für mich auch so ein bisschen so boah scheiße da ist jemand der sehr extrem viel tradet und so will ich da spieler kaufen das fühlt sich immer so ein bisschen komisch an weil man ja weiß dass sie damit geld machen wollen und in welchem radius kauft man sich gerade den spieler ab ist er überteuert ist er einem guten preis kann man damit noch geld machen ist dafür ein das wert oder ist er zu viel wert mittlerweile muss ich aber sagen stört es mich gar nicht wenn der spieler des wert ist und ich sehe das potenzial oder seh den wert dahinter dann ist das für mich vollkommen in ordnung und da ist mir eigentlich egal welcher manager dahinter steckt beim einkauf ist mir das auch recht wumms beim verkauf achte ich schon drauf wenn es mehrere sind da kann er gebrauchen bin ja doch beim verkauf also wenn der unterschied nicht so hoch ist beim preis dann gucke ich schon wer den er braucht und dann na gut okay dann machen wir doch einfach mal weiter mit frage nummer zwei frage nummer zwei in welcher sechsten liga warst du in saison drei das war die einzige wo die unbenannt war das war königslotha am elm 1 finale ansonsten war es immer helmstedt 1 und wenn es jetzt die frage ist wo du wo es sich geändert hat dann ist es königslotha am elm 1 wenn das eine finale antwort ist dann darfst du gerne dahin navigieren und den zuschauern das zeigen dass die richtige antwort ist wenn ich voll bild machen sieht man den kompletten bildschirm königslotha am elm 1 es war einfach lustig und deswegen habe ich mit reingenommen ich soll ja was beantworten können dass du so eine scheiße weißt macht mir persönlich angst weil dann weiß ich dass du wahrscheinlich passierte frage richtig beantworten das aber wer weiß wie kann man sich nicht mehr nervös dann ist die nervösität jetzt wie kann man sich so etwas merken okay du hast ja gesagt es war bis jetzt immer nur helftschlund eins klar es war einmal jetzt was anderes aber dass du dann den namen dahinter auch noch weißt weil ja ich jetzt also ich bin ja eher so märchen erzähler unterwegs machst ja selber werbung für nee aber ich versuche immer so eine story zu erzählen und ja keine ahnung ist halt einfach hängen geblieben weil ich da nichts ich hätte jetzt auch sagen können wo ich noch nicht in sammel liegen war ich hätte dir auch sagen können dass es einmal wo es war kein statt gewesen ist das hätte ich dir auch sagen können ja das einzige was jetzt bei mir schwierig wäre ist in saison 7 zum beispiel in welcher niedersachsen stapel warst du das hätte ich dir nicht sagen können da bin ich ehrlich na gut ja ist ja nicht schlimm aber das war ja viel besser weil einfach lustig immer wieder dann zurück entweder auf online liga d oder auf den spieltag wie du das machst ist mir egal bist du in den news oder warum bist du immer auf online liga d ich gehe mal auf die news dann alles klar wunderbar zweite frage zweiter punkt wie fühlt es sich an bisschen nervös gewesen bisschen so was kommt da auf mich zu wie krass wird es oder entspannt nach unserem trash talk habe ich mir dann doch schon ein bisschen gedankt gemacht aber eigentlich im großen und ganzen eigentlich entspannter kommen bin doch kein unmensch natürlich nicht dumm und du bist ein menschen ach wir machen weiter hahaha frage nummer drei frage nummer drei du hast jemanden im verein den namen fand ich schon immer ein bisschen lustig also hieß ja auch mal ein richtiger fußballspieler also nicht ganz genau so aber fast genauso weißt du auf welches aber nicht du meinst jetzt nicht schock novak oder effenberger ach so weil weil novak war ein also vom namen her der hat beim vbr borse gespielt und deswegen hätte ich so gut kenne ich mich jetzt nicht aus siehst wie du recherchiert hast du brauche ich aus welchem verein kommt denn dimitri effenberger aus dem nlz finale antwort und bist du dir sicher ja ist mein dienst ältester spieler und lass mich lügen ich glaube die zweite nlz rutsche war das also sommer vor saison zwei glaube ich habe ich nur hochgezogen dann schauen wir doch mal nach ob diese antwort richtig ist dimitri effenberger kommt aus beim hamburg verein nlz richtig und es war saison nummer zwei korrekte antwort wie sie oder bis jetzt schon also also dann machen wir doch einfach zehn fragen so weiter und dann gehe ich als glücklicher strahlender gewinner raus und muss sich dann mit tusz betteln naja mal gucken wie lange das noch anhält es geht ja zügig voran die fragen sind kurz und knackig du antwortest auch kurz und knackig du hast natürlich immer mal so die eine oder andere geschichte erzählen wenn es sich so gibt jetzt nicht doch nicht schüchtern seien und die schüchter nein ich doch nicht wir machen weiter mit frage nummero die frage nummer vier in saison 1 spiel tag 6 hast du deinen ersten liga kommentar verfasst was genau hast du geschrieben oh mein gott was hab ich da geschrieben ich weiß dass ich mich irgendwann mal ausgelassen habe dass ich gegen inaktive oder so eine scheiße verliere aber ich glaube das war nicht an spiel tag 6 oder spiel tag 6 oder ich habe an spiel tag 6 mal den ersten punkt geholt habe mich darüber gefreut das kann auch sein eins von beiden also ich glaube ich habe einen rückrund aber ich bin eins und beiden du lachst schon so komisch lustig finde was du da so für antworten willst ja da war ich halt nicht gespannt was du antworten willst und ich finde es einfach geil ja ne also da war ich noch nicht ganz so in chat also ja also ich habe mich glaube ich eher über meinen ersten punkt gefreut dass ich den ersten punkt geholt habe hat da jemand mit dir geschrieben warst du der allererste der da reingeschrieben hat oder wie kam es dazu ich habe keine ahnung ich glaube ich war der allererste einfach weil ich das einfach ja ich habe einfach den punkt glaube ich ich glaube das war der punkt glaube ich habe das gefühl dass ich den punkt geholt hat meine ersten und ich glaube deshalb ist sogar noch einer geantwortet ich glaube der später war nicht mehr ich glaube wenn mir einer geantwortet hatte damals dann war es hier von den süßen rasenschnecken oder wie er für ihn hieß dieser nico londin oder so ja die feine hießen also dort ich glaube wenn dann war es dass das an das kampf später so machen kann also spärst kam die freude und dann direkt alles scheiße ich glaube ja also ich bin nicht sicher aber ich glaube das war die freude beim ersten punkt dass ich irgendwie punkt geholt habe wenn das eine finale antwort ist dann gehen wir doch mal auf die erste spiel tag 6 oder allgemein in die erste und schauen uns mal den ersten kommentar an den steve jemals geschrieben hat will ich das sehen ja ich ich wüsste es nicht bei mir sage ich ganz ehrlich also solche sachen keine ahnung wie kann man sich überhaupt daran erinnern als ob mich das als ob mich das sogar persönlich interessieren würde was ich damals geschrieben habe weiß nicht also die erste sache war ja bei mir speziell deswegen was machst du welche liga hast du ausgewählt gehen wir hoch du warst nicht in der ersten liga da bist du noch wissen in welcher liga warst du ja ich denke du kannst einfach runter und ich weiß gar nicht wie das müssen vorher alle anzeigen alle anzeigen und er hat sich darüber gefreut und kann dass er den ersten druck geholt hat und das bedeutet auch einen punkt in der show und das bedeutet frage nummer 44 punkte fürs demo das ist sehr sehr stark das hätte ich jetzt nicht gedacht ich glaube ich habe jetzt echt gedacht dass ich mich irgendwer darüber aufregeln dass ich gegen inaktiv verliere bei keiner was nigerzeit schreibt sonst einfach lustig ich jetzt nach ich fand die frage auch witzig weil ich dachte what the fuck aber irgendwie ja dann habe ich mich zurück erinnert freude mit ersten punkt und ja verrückt 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 so bin ich lustig man freut er sich über den ersten punkt ist doch süß irgendwie oder sechs viel tage ich bin halt ein süßer herr mali und löwe haben schon recht mit dem was sie schreiben ich kann nix 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 nur gutes hey du darfst nicht gucken was so sorry dann gucke ich nicht mehr so let's go wir kommen zu frage nummer fünf wie viele deiner sitzplätze sind überdacht das ist die ausgebild die ist überdacht die hat 1893 plätze glaube ich 1893 plätze der standard wertheit ne wenn du aus überdacht hast und das platz ja dann ja das ist meine antwort finale antwort ja dann stadion könnte einfach unter der wert schon gestanden oder soja gut aus das überdacht und der was ist nicht überdacht 1893 rekt ich muss immer auch eine einfache frage zwischendrin kommen fünfte frage ja man man ist dann immer so leicht irritiert man weiß nicht so richtig was jetzt los aber genau so muss es auch sein muss auch ein bisschen die leichten müssen auch ein bisschen verunsichern aber du hast ja bravo ist jetzt wieder geantwortet und dann können wir auch direkt weitermachen denke ich oder ja macht immer immer rein immer rein in die euge frage nummer 6 saison 4 kannst du dich noch dran erinnern wenn ich aufgestiegen ja richtig in die fünfte welchen platz hast du denn damals erreicht ja ich habe mich zuvor immer aufgeregt dass es nie gerecht hat mit dem vierten platz aufzusteigen an der so in der sondern hat geklappt auf dem vierten bin ich gelandet dann schauen wir uns das noch mal kurz in der historie an der vierte platz sagt das demo hat sich sogar wieder aufgeregt mal wieder nach vier saisons klar da regt man sich dann nur noch auf da freut man sich noch nicht mehr über den punkt aber zur vorgeschichte ich bin ich weiß jetzt nicht warten was man waren es mit dieser doppel berechnung und die antwort ist natürlich korrekt warum ich mich aufgeregt habe saison 3 gab es diese doppel berechnung am letzten spieltag da gleich als zweiter aufgestiegen und dann kommen wir noch eine berechnung und dann doch nicht schade dass das wusste wäre noch krasser aber das weiß ich dass das war die song wo ich mein smartphone geschrottet habe weil ich war am wochenende feiern damals auch mit dem manager von vpl felper damals oder beziehungsweise haben auch ein bierchen getrunken und so weiter und so fort und danach ging es halt weiter habe ihnen dann ein screenshot geschickt von wegen edge badge jetzt spiele ich auch in der gleichen liga wie du habe mich gefreut und dann kommt irgendwann die antwort zurück wie wir lassen in dem surf kopf dieses ding so schnell bearbeitet dass du zweiter bist du bist führter geworden und dann dachte ich der will mich doch verarschen hat mir ein screenshot zurückgeschickt ich gucke eröffne die app also beziehungsweise die app hat sich nicht öffnen lassen dann irgendwann weiß ich nicht gegen 12 13 uhr oder sowas wo man ganz kurz wieder reingekommen ist habe ich reingeguckt führter im surf handy gegen die wand geschmissen handy kaputt ja er rückt deswegen ja geschichten die nur ol schreibt genau ja sehr sehr stark sechste frage sechster punkt wie lange wird es noch so weitergehen werden wir gleich erleben denn es gibt jetzt fragen auf die ich keine antwort habe wie kannst du nur du mir geben da bin ich sehr gespannt ob du dich auch richtig beantworten wirst wir kommen zu frage nummer 7 wie viel prozent deines personals sind schon eingearbeitet du meinst jetzt aber nicht diese kalkulierte sache da die angezeigt wird du meinst das schon eingearbeitete was schon zu 100 prozent eingearbeitet ist und wie viel prozent sind davon schon eingearbeitet oh gott ich habe mich gibt letzte saison waren es glaube ich 27 prozent um den dreh ich weiß jetzt aber nicht ob ich kann ja auch keinen tipp geben ich kann ich habe ich habe ja keine einsicht auf die sache nach euch genau deswegen wollte ich es ausstellen es wäre komisch wenn du das könntest dann würde ich mir gedanken machen ich könnte ja schätzen aber letzte saison war es glaube ich habe es mit 27 prozent ich weiß nicht ob sich das erhöht hat das ist schon eine harte frage muss ich zugeben weiß nicht ob man auf sowas achtet ob man auf sowas guckt das könnten auch wirklich die wenigsten beantworten aber wir haben schon erlebt dass einige leute fragen beantworten wo andere denken btf der schummelt doch ich muss jetzt irgendwie versuchen zurück zu überlegen wann ich vivo was erhöht habe mein gott also ich habe vor der saison aufgeguckt da waren 27 prozent das weiß ich eigentlich auch nur weil oder beziehungsweise 7 57.500 oder sowas war eingelernt aber wie viel prozent war das ich meine ich muss echt sagen ich habe echt viel über meinen verein in letzter zeit kennengelernt war ich dann immer bei mir weil ich war immer neugierig auf die antwort weil ich habe die frage mir selber ja auch gestellt und dachte immer so was ist denn bei mir die antwort und deswegen weiß ich jetzt mittlerweile auch sehr viele komische dinge die ich nie wissen wollte das ist ja das schöne weil was sind ich ja den spieß gegen dich umdrehen wollen und ich habe das gleiche spiel gespielt mit was die also das werden wir wahrscheinlich am wochenende erleben je nachdem wie basti halt zeit hat wie es ihm geht werden wir das machen an der stelle eine gute bessung an basti die zeit ist um ich brauche dann ich glaube das hat sich auch nicht ich glaube 27 prozent war eingearbeitet thema ins office nachwuchszentrum dann schauen wir doch mal rein bin sehr gespannt ich weiß das nämlich auch nicht ich weiß es also entweder 23 oder 27 sein verein wird es die korrekte antwort sein oder nicht sehr gespannt 24 24 du hast gesagt ja wir 23 27 also erst aber 27 27 der chat entscheidet ist es richtig oder ist es falsch ich hatte aber noch bevor ich gehört gesagt ich habe noch gesagt es könnte noch 23 ich war mir das ist egal die finale antwort zählt verloren falsch es tut mir leid sehr wohl das ist leider falsch aber trotzdem respekt du warst wirklich nah dran und dass du überhaupt irgendwo in dem bereich der zahlen war es finde ich schon mal sehr wie sagt man dazu stark sagt man nicht dazu aber ich werde von mal kein spiel mehr kaufen jetzt kann er mich am poko schon nicht gut ja schade gerade jetzt machst du sie du arbeitest wirklich gut mit das muss man auch mal nebenbei sagen bis jetzt alle kandidaten haben sehr gut mitgearbeitet hat mir immer sehr viel freude gemacht das wort heute auch noch mal seine tonqualität verbessert was immer mehr ich kann doch nichts dafür dass das gott immer das artbox spiel spielten mal ist umgestellt von alleine dafür kann ich nichts noch eine frage die ich mir vielleicht auch hätte selber beantworten können aber du beantwortest du mir bestimmt und zwar und frage nummer 8 wie viel verträge laufen bei dir diese saison aus also ich kann ja sagen dass vier leute aufhören zwei sind auch im überlegen die so aufzuhören sind schon mal sechs aus den endels laufen diese verträge diese saison aus ja dadurch dass sie auch wiederholen also das noch sechs auf jeden fall jetzt hast du danach noch ein verein noch ja sechs opas wollen die also vier auf jeden von auf jeden fall auf zwei überlegens ist jetzt die frage also ich habe alles verlängert was nicht aus meiner z kommt jetzt ist die frage was habe ich aus meiner zettel von letzter saison übrig brasas sind sieben leute ja der torwart der läuft der läuft aus sind sieben spieler auf jeden fall okay ich war also ich muss mal also aufhören tun zwei und bringt man hören auf sind zwei dessen abgespieler der torwart brasas muss ich verlängern das weiß ich glaube ich noch was klesens also safe aufhören werden petrov badin und die beiden abwehrspieler das weiß ich die vier die muss ich irgendwie aus meinen überlegen wir jetzt endlich raus streichen ja brasas auf jeden fall weil er aus meiner z kommt sind fünf ich darf jetzt nicht so hin und bringen mit den leuten die aufhören wollen eventuell ich lache nur wegen die musik endet auch bald das heißt ich brauche gibt es dann bald eine antwort ich weiß es ist eine schwere frage also die letzten beiden fragen und sind sehr sehr schwer jetzt gewesen es müssten sind also brasas ist das einzige den vom netz verlängern muss glaube ich es müssten theoretisch 7 sein aber ich bin mir gleich nicht sicher finale antwort jetzt sieben dann einmal auf office und verträge und alle die rot sind langsam macht es ein bisschen spannend wir sehen schon mal zwei ok das sind ja klesens bin ich schon froh dass ich das gewusst habe brasas war klar zwei hört auf bringt man hört auf vier vier etwa für laufend fünf 6 9 6 und wenn jetzt gleich die stadt mal anfangen dann sind sieben 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 richtige antwort so jetzt habe ich jetzt habe ich geschwitzt wirklich das war die frage war echt wie ordentlich sehr stark ja ich habe kopfschmerzen jetzt vom zählen acht fragen sieben punkte ich muss sagen sehr sehr gut aber die fragen werden leider nicht einfach ja das tut mir sehr leid aber wir machen weiter ja bitte bevor du mir hier zusammen bricht besser wäre das frage nummer 9 wie hoch sind deine spieler gehälter woche woche also bei uns ein realer tag in unserer liga eine woche woche pro woche die sind insgesamt irgendwas mit 380k aber wie viel ist das pro woche wenn du rechnen kannst schaffst du es ja 9200 9 2 9 1 9 2 machen wir es mit 9000 auf jeden fall 9000 hätte ich mir mal gucken sollen so ist doch viel besser alle das ja genau die wichtige antworten von acht fragen du bist richtig gut dabei ja es wird nicht einfacher das ist klar die fragen waren aber mittlerweile auch echt schwer muss ich wirklich sagen und wie gesagt du kannst nicht mehr viel verlieren kannst aber auch was schätzt du denn was du jeden tag so für deine spiele zahlt also die kosten die monatlichen kosten also vor den vertragsverlängerung war es irgendwas mit 380.000 ich weiß jetzt aber nicht ob ich jetzt mehr oder weniger bezahle durch die verlängerung das weiß ich jetzt gerade nicht ich würde irgendwas schätzen pro woche 9192 würde ich schätzen weil ich habe jetzt auf zwei spieler oder beziehungsweise mit dem arendt eingeholt der 44.000 glaube ich verdient bei mir dass der haut auf jeden fall rein ich würde mal schätzen mit 9200 so schätzung per 9200 denke ich 9200 finale antwort 9150 das entscheidet meistens der chat 9150 9150 dann einmal auf office konto und dann schauen wir doch mal was du da jeden tag oder jede woche in online liga eben zahlst das ding ist ich habe vorhin erst reingeguckt wegen den friendlies mit fritz und so weiter aber ich habe genau darauf nicht geguckt 9150 ok und die spieler gehälter betragen pro woche 8858 chat gnade ja mal gesagt nein also dabei nicht auf gucken sind wir nah dran ist es richtig oder leider so sehr dran vorbei 2 zu 1 bis jetzt ich warte mal noch ich gucke mal live mit neid was ist die zwei chris was ist oder dir was ist die vier keine gnade falsch sie ist ein kulanz überschritten es würde dir gnade geben ich denke mal neid meint gnade aber das war es dann auch schon wieder der rest ist eindeutig für falsch chris hat keine gnade den vermittle ich nochmal weiter im friendly den sack mach das weg ich will mich nicht fünfmal sehen schau da eigentlich heute gnade morgen früh klatsche ja es tut mir leid aber wenn der chat so unbarmherzig ist und jetzt kommt auch noch latte kohler turm die ecke und sagt ne es tut mir leid stevo aber das ist leider nicht richtig das war die falsche antwort schade schade und bitte wieder zurück trotz alledem hast du immer noch sieben punkte von neuen fragen ich finde es bis jetzt sehr stark ich hoffe es macht dir spaß ja klar natürlich sonst wäre ich nicht hier kann man sich wirklich auf alles vorbereiten wenn man sich den ganzen scheiß alles durchguckt und durchklickt oder meinst du das wäre eher fatal wenn man zu viel sich die ganzen sachen anguckt und darauf tendiert was könnte er jetzt als nächstes fragen also ich bin also ich habe mich gar nicht vorbereitet deswegen also so kleinigkeiten habe ich mir schon angeguckt ja aber jetzt eigentlich eher wenig also so kadertechnisch bin ich der meinung kenne ich mich schon gut aus wie gesagt ich erzähle eh generell mal viel märchen bei der mannschaft und ich glaube allein deswegen bleibt eigentlich recht viel hängen weil ich eh viel schwachsinn erzähle also ja also ich habe mich jetzt eher nicht vorbereitet also ich denke das geht auch ohne ja wenn man sich wenn man sich eben wenn man sich mit seinem team beschäftigt wir machen weiter mit frage nummer 10 bevor des hausartes ja ich hoffe du bist bereit ist seine letzte frage heute abend let's go marge nummer 10 und die ist hart aber vielleicht wirst du die richtige antwort haben welche mannschaft steht derzeit jetzt heute aktuell gerade eben unter dir in der tabelle in der tabelle das dürfte mein nächster gegner sein hh1887 glaube ich er hat 9 punkte ich habe 9 punkte er hat glaube ich 4 zu 1 Tore das müsste hh1887 sein und heute hast du auch darüber getwittert zufälligerweise mein gott die fragen sind so gut du hattest gefangen da gibt es auch eine kleine geschichte was ist denn das für eine geschichte ich habe in der sommerpause versucht seinen spielmacher abzuwerben ok hat an sich auch geklappt also die verhandlungen haben sich glaube ich fast die komplette sommerpause durchgezogen weil er sich nicht auskeksen konnte war dann aber der Meinung er braucht das geld dann halt doch ich war halt bereit knapp 500.000 für ihn zu bezahlen obwohl er halt ein Rentner ist ja Ende von der geschichte ist da ist mir weil ich halt auf der autobahn bieten musste und keine drei gebote vorbereiten konnte habe ich mich dann halt einfach für irgendeine summe entschieden okay habe eh noch mehr geboten als dass wir so ausgemacht hatten ja und dann ist mir der FC Heuberg noch in die Parade gesprungen und habe den Spieler dann leider nicht bekommen das ist so die kleine Geschichte davor zu dem Spiel gut süß dann gehen wir mal in die Tabelle und dann schauen wir mal wer derzeit unter dir in der Tabelle ist 14 Spieltag Nummer 5 ganz gerne lassen ist ja aktuell die Niegewinnerkicker sind derzeit auf Platz 3 sehr stark und hinter dir ist hh1887 und damit ist die letzte Antwort Ups Entschuldigung ich habe den Knopf gedrückt natürlich richtig Ups Ups da war einfach was falsch was denn da passiert Du hast gesagt Zolltout ne ich warte ja genau auszahlen bitte äh ja schön ja gut Acht richtige Antworten von 10 möglichen also ich fand's wirklich Respekt gut gemacht und damit bist du auf irgendeinem Platz aber nicht auf der 1 weiß ich jetzt gerade nicht sonst hätte ich es dir gesagt ja alles alles gut macht Chris auch immer mit weil den muss ich dann auf jeden Fall ankacken und der kriegt auch keinen von diesmal vermittelt das sag ich dir jetzt schon ja ja Chris macht das weiß ich mit den werde ich so alle machen mit alle machen mit ja Male war ja schon dran so hat er Glück gehabt der Schlawiner aber Löwe ist da noch dran ne merke ich mir Löwe alles ne aber hat Spaß gemacht war cool ich mag das Format deswegen wäre ich auch bei sowas immer gerne dabei ja waren auch schöne knifflige Fragen auch mit dabei und ich habe jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet dass wir bei gewissen Sachen dann halt doch wie aus der Pistole geschossen was rauskommt und ich bin selber überrascht teilweise über meine Schnelligkeit dann also aber hat Spaß gemacht und ich bin selber mit dem mit dem mit dem